Herzlich Willkommen bei uns im neuen YouTube Format. Ja, herzlich Willkommen. Hallo, ich bin die Isa. Ich bin Sven. Wir kriegen immer wieder neue Anfragen über Social Media. Ich würde jetzt gerne einige davon beantworten. Fangen wir mal an. Und zwar... Wo kann man euch denn besuchen? Hat euch bisher nur auf dem Seefest in Böckingen gesehen? Uns kann man oft besuchen, weil wir eigentlich jede Woche auf Tour sind, auf Veranstaltungen. Also wir sind nicht nur auf dem Seefest in Böckingen. Wir sind zum Beispiel jetzt bei der Winter der Weihentage. Wir posten jede Woche den Tourplan vom Wochenende, wo die Veranstaltungen für die folgende Woche drinstehen. Mit Orten, Zeiten und da kannst du nachschauen. Oder eben auf unserer Homepage. Der Internetseite geht in www.allofmordash.de 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 Diese Klammer bestellen, entweder geht ihr über unsere Internetseite www.ilovemoordash.de www.ilovemoordash.de slash shop, ich leg's jetzt auch hier unten ein. Oder ihr trefft uns auf irgendeiner Veranstaltung und dann kann man die dann sofort bei uns kaufen. Tim Köhle fragt, hey sucht ihr gerade noch Leute? Sucht ihr noch Leute? Hey sucht ihr gerade noch Leute? Gute Frage, ja, wir suchen immer Leute, immer coole Leute, immer Leute die Bock haben mit uns rauszugehen. Ja Tim, wir suchen Leute, wir suchen auch dich. Wenn du willst, schick uns einfach eine Bewerbung, sowohl als Aushilfe oder Teilzeit voll sein, wie du gerne möchtest. Immer Leute die Spaß haben dran, mit vollem Eifer und Überzeugung. Du hast es nicht hingeschrieben, als was du dich bewerben willst oder was du im Job gerne haben willst, aber das macht doch nichts. Du kannst auf unserer Homepage unter Jobs mal nachschauen. Da stehen alle aktuellen Stellenangebote, alle Stellen, die offen sind und vielleicht ist ja was dabei. So liebe Mordaschen Family Feinde, das war's für heute auch schon wieder. Wir beide, wir bedanken uns, dass du unser Video angeschaut bist. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, einfach uns schreiben. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dürft ihr das gerne jederzeit tun. Entweder über unsere Social Media Kanäle, die wir alle haben so, Facebook, Insta. Stell mir doch einfach unten in den Kommentaren oder per Direktnachricht, Facebook, Instagram. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald, ciao. Auch wieder mehr! Wir halten jetzt wieder an. Schönmal.. I'll turn it. Geht schon los, dass es nicht geht. Zahmet.